Hallo Matthias. Hallo. Das ist ganz okay nochmal. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Okay, hau rein. Okay, pass ab. Okay, alles klar. Gut. Hallo again Matthias. Hallo. Heute schon vor einem Fan weggelaufen? Heute schon vor einem Fan weggelaufen. Es war einer. Heute schon gelogen? Heute schon gelogen. Schnaps oder Champagner? Schnaps. Mit welchem Promi hast du dich das letzte Mal betrunken? Joko Winterscheidt. Und was habt ihr zusammen angestellt? Las Vegas. Bei welchem Song singst du unter der Dusche mit? Britney Spears' My Loneliness Is Killing Me. Oder Hit Me Baby One More Time. Wie heißt der Song richtig? Weiß das hier jemand? Hallo? Weiß keiner. Nee. Ich würde sagen Christina Aguilera Dirty. Ups. Dusche ist kaputt gegangen. Ganz heiß oder ganz kalt duschen? Ganz kalt. Welches deiner Körperteile würdest du gerne mal photoshoppen? Mein Penis. Käsefüße oder Flipflops? Flipflops. Surprise! Ein Groupie liegt in Dessous in deinem Hotelbett. Was machst du? Zimmerwechsel. Tim Bensko hat deinen Look geklaut. Du kannst ihm hier jetzt einen Gruß dalassen. Tim, das wäre echt gemein. Aber weißt du was? Ich mache jetzt auch Musik. Was war der böseste Kommentar, den du mal über dich gelesen hast? Du siehst aus wie die Schauspielerin aus Game of Thrones, Brienne von Tart oder wie die heißt. Aber eigentlich muss man sagen, du bist ja schon ein verdammt cooler Typ. Wärst du eigentlich gerne mit dir selbst zusammen? Ich wäre nicht gerne mit mir selbst zusammen. Nein. Warum nicht? Es wäre mir zu anstrengend. Wann hast du schon mal was mitgehen lassen? Liebe Computerstimme, kannst du die Frage deutlicher stellen? Was meinst du damit genau? Mitgehen lassen? Geklaut? Oh ja. Vor kurzem bei Mercedes habe ich mir einfach eine große Essklasse geklaut. Mit sehr viel PS. Hat dich jemand erwischt? Nein. Zum Glück nicht. Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Wie wäre dein Selfie-Gesicht, wenn du eine Frau wärst? Nee. Viel Brust. Ich würde viel Brust zeigen. Danke, Matthias. Ich danke euch.